Mal schauen, was jetzt passiert. Werner ins Wasser fliegt? Aber du, du kannst es schaffen. Ich weiß, du wirst siegen. Achte auf seine Lanze. Damit hat er eine hohe Reichweite. Ja, sicher. So, getroffen haben wir auf jeden Fall. Das war dumm. Aber gut, wir versuchen das natürlich erneut. Wir müssen ihn auf jeden Fall in das komische Auge schießen. Achte auf seine Lanze. Damit hat er eine hohe Reichweite. Das ist doch nicht euer Ernst. So, ich muss jetzt irgendwas essen. Aber was? So, nah heran. Ich bin doch schon dabei. Okay, wenn wir das durchhalten, dann stehen wir gar nicht so schlecht da. Sagte er. Alter, der macht mich einfach nur fertig. Pass auf! Pass auf! Das ist doch nicht normal. So viel Quelle habe ich gar nicht mehr. Ich bin doch noch. Dann kann ich das. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Jetzt bin ich der finale Teil vermutlich Ich habe keine Ahnung, was ich hier noch machen soll Was ist der Fallet? Das ist doch nicht normal hier Ich habe keine Ahnung, was ich hier noch machen soll Tja, und die Pfeile sieht das Ganze ein bisschen dumm aus Ich habe keine Ahnung, was ich hier noch machen soll Man kann diese Eisflöcke nicht irgendwie aufhalten Oh! Wow! Okay, wir werden wieder sterben. Ach, ganz ehrlich, komm, gib mir den Rest einfach. Wir müssen besser mit unseren Pfeilen umgehen. Wir können das gerne nochmal versuchen, aber ich sehe da wahrscheinlich kein Land. Ich kann die Dinger zwar zerstören, aber ich komme nicht an sein Auge ran. Zumindest nicht ohne Pfeile. So, jetzt machen wir aber gleich. Den hier. Achte auf seine Lanze. Damit hat er eine hohe Reichweite. Ja, das will ich nicht. Natürlich. Wie soll's auch anders sein? So, wo will er hin? Er will da hin. Ich kann nämlich mal drüber springen, so ein Schwachsinn. Wir werden definitiv nicht gewinnen. Was war das jetzt bitte? Den Kampf werden wir niemals gewinnen. Ja. 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 Wir haben bloß keine Pfeile. Wir haben bloß keine Pfeile. Schönen. Wie dann? Ja. Da muss ich mehr sagen. Ich glaube nicht, oder? Okay, wir werden das Ganze jetzt lassen. Wir werden uns jetzt erstmal Pfeile besorgen. Denn ohne die kommen wir nicht weiter. Ich habe keine Ahnung, wie ich den sonst irgendwie zerstören soll. So, wo ist denn unsere Karte? Ich will erstmal hier runter. Bevor wir nicht mehr Pfeile haben, lohnt sich das einfach nicht. Wir können uns ja jederzeit dahin teleportieren. So, keine Pfeile. Hier können wir uns nicht hin teleportieren. Wir brauchen eindeutig mehr Türme. Versuch was wert. Aber ohne die Pfeile kommen wir da einfach nicht weiter. So, So, und auf. Immer schön den Berg hinauf. So muss er sein. Vielleicht sehen wir von da aus auch mein Turm. Oder wir kriegen vielleicht noch ein paar Elektropfeile, das weiß ich nicht. Ich glaube den da oben zu besiegen, das kriegen wir auch nicht hin. Und da drüben ist ein Turm. Den holen wir uns. Oh, und da unten ist ein Tempel. Ich bin gerade echt im Überlegen, ob wir den Tempel holen. Warum eigentlich nicht? Der liegt hier halbwegs auf dem Weg von dem Turm. Wenn schon, dann richtig. Hat ja gereicht. Dann auf zum Schreien. Denn wir können ja auch unsere Herzen vergrößern. Das dürfen wir ja nicht vergessen. So, das können wir ja überspringen. Das kennen wir ja. Und nach unten. Na ja, das kennen wir alles. Angst wie ich immer. Ich bin. Ich bin ja, ich bin ja.